Also ich bin Florian Molzern und amtierende Mr. Germany 2016 und ihr seid bei mir zu Hause in meiner Wohnung und wir befinden uns gerade im Esszimmer durchlaufend zum Wohnzimmer. Ich lebe hier einmal mit meiner Freundin, die immer auf diese schöne Collage an der Wand gebastelt hat, als Willkommensgeschenk und mit unseren beiden Katzen, dem Kater Sam und der Katze Ego. Also mein Beruf ist eben selbstständiger Personal Fußball Athletiktrainer, damit verbringe ich dann auch die meiste Zeit letztlich. In meiner Freizeit, da gehört eben auch Gesundheits- und Fitnesssport mit dazu, Athletikbereich. Also das ist unser lieber Sun. Ich glaube, wie man es hört, er schmust die ganze Zeit. 24 Stunden am Stück, egal in welcher Situation. Wir wissen gar nicht, ob es Panik-Schnurren ist oder vor Freude, aber ich glaube, jetzt ist es gerade ein bisschen vor Freude. Die Egoin, seine Schwester, ist allerdings ein bisschen kamerascheu. Die möchte nicht so gerne frustrativ oder in die Menge, die versteckt sich immer hinterm Sofa. Und die beiden sind Geschwister und britisch kurzer Katzen. Und ja, sehr verspielt, verschwust. Und er ist zumindest der Abtreuer von beiden. Und das spät schon. 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 Und das spät schon.